ja hallo herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen marsch mit mir den stevi so ich bin mal angefangen hier fällt 39 zu düngen mit unserem mist wo es schon ein gutes stück geschafft aber der muss noch einige mal fahren den befülle ich jetzt beim separator weil der hat geschrieben dass er voll ist so ja missionsmäßig steht ja eigentlich nichts an die felder sind soweit alle bestellt also im prinzip können wir ja nur noch ein bisschen ernten ein bisschen stroh oder heu aufsammeln auf dem wo wir noch gemäht haben wir könnten hier mal ein bisschen paletten verteilen und die zeit läuft natürlich auch für uns es wird jede menge produziert kommen immer alles mit aber ich habe nicht eingeschaltet oder dann machen wir nämlich da ist auch schon was sagt gut so jetzt milch wissen wir oliven schalten wir aus malzfabrik wird auch ausgeschaltet leerpaletten brauerei dann fangen wir zur brauerei und molkerei braucht auch den darf waren wir zuerst hin weil da wissen wir die braucht nicht viel mitte molkerei paletten eingang hier wird weiter gülle gefahren haben auch schon gut gefüllt wenn man hier sich das anguckt hier sind bis jetzt 430.000 drin und hier sind sogar 614.000 und herbizide sind auch schon 4000 jetzt zusammen produziert worden das passt schon mal rohöl hatten wir ja dazu gekauft weil wir ja nicht ständig diesen bedarf haben wollten ich werde jetzt rohöl dann hier weg fahren wenn er gebraucht wird dann können wir vielleicht auch mal saatgut fahren wenn wir das da oben schon sehen ach der hat noch wieder ein bisschen hackschnitzel gemacht der trektor steht hier vorne ob ich in der malzfabrik noch leerpaletten rein fahren möchte lasse ich den hier stehen kommt ob wir den einfach hier mal ab weil zuerst läuft ja auch gerster aus ich glaube das ist noch das was produziert wird dann machen wir den jetzt hier eben voll aber hier wird auch weiter produziert genau mit hafer genau die sind ja nicht an eher nicht und dann fahr bitte zum blumenkohl gewächshaus blumenkohl muss der hier sein und liefern das mal ab so paletten dann müssen wir gleich hin einmal seite wechseln und dann könnten wir eigentlich ruhig so abstellen und ist schon voll so dann brauerei leerpaletten eingang in der nacht habe ich eine tour zucker gefallen von der zuckerfabrik waren 300.000 liter was haben wir hier mittlerweile an milch 128.000 hier haben wir 44.000 ja käserei hat noch über einen tag muss drei braucht flaschen aber das könnten wir glaube ich eher mit dem kleinen fahren stehen man steht ja hier noch sequis hier So, das dürfte dann auch Mitte sein. Masterei, Palettenaustern dahin bitte. Fermenta-Silage fast voll. Welcher wäre das? Den einen, das müsste ja dann der am Hof sein, weil der bei der BGA haben wir ja, ja jetzt nicht leer gemacht, aber... So, die Silage hier läuft. Fast voll. Oh, Kompost geht jetzt auch. Oder wir verkaufen mal ein paar Touren. Könnten wir auch mal machen. Verkaufspreis haben wir ja. Für Silage einen guten beim Tierbedarf handeln. Dann würde ich sagen... Ach, dann können wir das auch mit dem... Häuserer ... ...Haupthof. Hapthof, da war ich verkehrt. Ja. Fermenta-Ausgang. Silage. und Tierbedarf handeln, das ist bei den Verkaufssachen. Verkauf, rücken wir mal Pünkturen. Müssen wir einen Tick zurück, ich weiß gar nicht was hier reinpasst, hoffentlich ganz so viel. So, keine freie Kapazität, gut. Dann müssen wir einmal schauen. Braucht noch einer Paletten. Zuckerfabrik braucht Paletten, dann fahren wir die doch rüber zur Zuckerfabrik. Ist mir auf jeden Fall näher als die Malzfabrik. Palettenausgang. Eingang. So, was haben wir noch? 97.000. Jetzt sind wir mit Sicherheit glaube ich nicht voll. Er fährt weiter seine Touren. Äh, haben wir es schon wieder? So, gut nachlegen. Dann kannst du mich um loslegen. Einmal zum Mosterei. Da sollte der nicht da sein. Flaschen. Ich mach mal. Ja, der kriegt ja enough hier mit. Aber den habe ich doch nachher hin geschickt, oder? Da ist er. Wo ist unser Sprint da? Da ist er auch nicht. Da ist LKW. Da ist er. Ist er zum Reparieren gefahren? Oder zum Tanken? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal, ob wir ihn hier sehen. Der muss ja hier vorbeigekommen sein. Nö. Was war das? Der ist beim Blumenkohl angekommen. Gut, dann können wir da mal hingehen. Äh, vorne. Was war denn das? Blumenkohl? Jo. Das ist so gut wie leer. Sind die alle so gut wie leer? Also da ist auch noch einen Haufen drin. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir in einen so irgendwie 11.000 reinbekommen. Und dann können wir nämlich hier voll machen. Flaschen braucht auch die Bauerei. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier als nächstes drankommt. Weil die sehen, glaube ich, alle sehr mager aus. Und dann gucken, dass wir hier die Seite vielleicht voll machen. Drüben ist. Scheint wohl auch als nächstes auf dem Programm zu stehen. Dann schicken wir den zurück. Saatgut-Ausgang. Ich glaube, das kommt, weil hier drüben sind zwei auch ziemlich leer. Der ist leer. Wie sieht der aus? Nee, der ist voll. Und die sehen auch sehr leer aus. Also Saatgut müssen wir wahrscheinlich anliefern. Aber wo mein Sprinter geblieben ist... Ich habe den doch losgeschickt, oder? LKW. Wo ist der hingefahren? Tanken? Irgendwie zur Tankstelle gefahren? Ja, dann bleibt uns nur eins übrig. Um alle zu entsperren. Können wir jetzt erstmal... ...die Paletten abgeben. So, dann die wieder zu entsperren. Dich nicht. Aber dich können wir mal... ...auf den richtigen Punkt setzen. Wie weit bist du gekommen? Bis da vorne. So, nächster Lickpunkt. Die Zuckerfabrik ist jetzt auch ausgefallen. Sperren. 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 Ach, der steht in der Musterei. Aber Musterei war ja gar nicht richtig. Ich musste doch zur... Das war mein Fehler. Ich musste nicht zur Musterei. Ich musste... ...zu Glashütte-Paletten auskommen. Da muss er hin. Dann kann er nämlich zweimal... ...vier Paletten... ...einmal zur Brauerei bringen... ...und einmal... ...quase hier hin. So, jetzt haben wir natürlich Arbeit. ...einmal... ...dürfte noch nicht sein, oder? ...starten... ...an... ...ne... ...die gehen doch mit Sicherheit noch weg. ...sperren. Dann... ...die ganzen Fahrzeuge wieder spüren. Merkt man mal, wie viele Fahrzeuge man so hat. Und... ...einen davon würde ich... ...hin lassen. ...die können wir auch... ...einmal füllen. Silage... ...und... ...Stroh... ...und... ...abwärts. ... ...aber kein berührt... ...nur den Bordstein. ...und beinahe wäre ich noch dran vorbeige... ...heizt. ...so... ...und 20.000... ...für die... ...Musterei ist eigentlich egal. Dann müssen wir aber... ...paletten... ...eingang... ...hine... ...schmuckerei. Glas... ...da muss der... ...papier... ...Glas... ...karton... ...und... ...paletten. Ja... ...und Silage verkaufen wir. Es dürfte die erste Tour sein, ne? So... ...Molkerei braucht auch... ...Kartons. Gut... ...dann können... ...fahren wir zur... ...Zellstofffabrik... ...und gucken mal... ...was wir da an... ...Kartons haben. ...n.... ...papier... ...und... ...und, wenn... ...und dann.... ...das 이력 ist... ...und dann... ...eine... ...und... 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 BGA nämlich. Die läuft nämlich auch schon fast rüber. Was heißt, fast über stimmt gar nicht. Wir haben da ein Volumen von 6,5 Millionen Liter. Weiß nicht, wann wir die mal vollkriegen sollen, aber naja. Ja, die Bahn hat er schon gut weggeputzt. Ja, du bist bei der Saatgut. Sollte ihr jetzt gleich hier eine Position wieder wegfallen. Ja, der wird aber immer hier durchfahren. Es sei denn, ich gebe ihm eine Strecke ohne. Das könnte man die erste ja nehmen. Da ist ja kein... Da wird ja nichts rausgeholt. Da müssen wir mal gucken, ob das mal von Belang wird. Und andere Seite. Dann wieder zurück zur Glashütte Palätenausgang. Und Ausgang. Separator. Stufe 1 Mix. Oh, die heißen bei mir ja alle gleich. Das sollten wir vielleicht mal... Ändern. Bauen. Ach ne, war doch richtig. Er fuhr hier schon in der richtigen Richtung. Mal, wir überholen den sogar noch. So, wir machen hier... Umbenennen. Separator 1. Oder sagen wir hier... A. Dann machen wir hier... Umbenennen. B. Zurück. Also ist es der bei der BGA. Kommen wir da noch eben hin. Besuchen. Bauen. Mal klicken. Äh, umbenennen. Zeparator BGA. Wir haben noch eine. Und die braucht quasi... Gülle und Gärreste an für sich. X1. Mal gucken. Lassen wir den mal hier oben hinfahren. So, wir müssen hier nochmal... Flaschen rausholen. Hier Stück. Und die gehen dann... Zur... Brauerei. Balletteneingang. Balletteneingang. Äh, verkauft. Nichts. Das ist okay. Punkt zu nahe vorne. Wir müssen ein ganzes Stück nach vorne setzen. Lassen wir den mal nach hier vorne ziehen. Dann nehmen wir da jetzt den und den raus. Der wird mit dem verändert und er kriegt somit wieder ein Punkt, wo er drangehen kann. Und dann sollte es das nächste Mal besser klappen. Ansonsten können wir den ja immer noch ein Stück weiter vorziehen. Kartons habe ich gesagt. Und wieviel wurden produziert? Und wir nehmen mal 42 Paletten mit. Und die gehen zum Molker rein. Gut. Paletten? Nein. Dann können wir die auch wieder ausmachen. Ja, leider habe ich noch keine neue Geschichte gesehen. Für die Gewächshäuser. Aber unter den acht werden sich mit Sicherheit welche verstecken. Aber wir kriegen ja gleich noch zwei Punkte abgearbeitet. Die Brauerei und die Kartons. Hier könnten wir vielleicht mal oben hochfahren lassen zur BGA Nord. Und da den Separator nochmal befüllen. Uh. Einmal zurück. Das will den Roboter hier rauslassen. Aber keine freie Kapazität mehr. So. Jetzt einmal hier um die Ecke. Jetzt schnell nach drüben. Und dann sollten wir gucken, ob wir vielleicht noch Tiere loswerden. Am Schlachter. Schweine vielleicht. Jetzt ist der Roboter hier auch unterwegs. Oder steht er da? Ist unterwegs. Kommt gerade. Okay. Dann hören wir auf. Kommt es so bis hierhin. So. Jetzt füllt er ja nicht mehr auf. Hat er mich vorgemacht. Oder wir hatten schon. Nee, doch nicht. Geht doch noch was rein. Wer sagt es denn? Er fängt wieder bei 1 an. Nein. Er muss sich da ausschalten. Ich lasse ihn einfach hier unten. Ich sehe ja, da hinten ist er. Muss er noch machen. Dann setze ich ihn hier einfach unten an. Nächster Wegpunkt. So. Nun lädst du jetzt ab. Einen Tick zurück. Kann ich hier aber. Richtig. Oder verkehrt. Kommt die doch hier drüben hin. Bei den Paletten. Dann kommst du jetzt eigentlich wieder zurück. Aber das mit dem Abholen hier. Der Silage passt eigentlich super. Haben wir beim ersten Mal gar nicht so drauf geachtet. Ich hoffe, er lädt jetzt auch ab. So, liebe Freunde. Das war's von dieser Folge. Soll so eine Zwischenepisode sein. Weil der Winter ist ja nichts zu machen. Bis auf die Tiere versorgen. Da ein bisschen Gülle ausbringen. Und ansonsten läuft er mit 5 durch. Mal gucken, welche Felder ich noch mit Mist mache. Oder ob ich es jetzt erstmal sein lasse. Ihr werdet es sehen. Bis dann. Euer Stevie. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.